Mr. Mike Mr. Mike Yo, hier ist Mr. Mike Endlich mal wieder ein Real Talk Video aus dem Auto Ey, das ist bestimmt ein halbes Jahr her, dass ich das letzte Mal ein Video aus dem Auto gemacht habe, oder? Seit ich mein neues Auto habe, mache ich echt weniger Videos im Auto komischerweise Obwohl die Akustik genauso gut ist, vielleicht sogar besser, ich meine, vom Auto her habe ich mich schon ein bisschen geupdatet Schon ein bisschen, ich meine, das ist schon, als der Chevy, der Chevy war natürlich auch cool, aber naja, okay Zum wesentlichen Thema, drei Wochen Husten, Alter Ich fasse es nicht, ich habe echt seit drei Wochen Husten, Alter So einen richtig fiesen, trockenen Wahnsinn Vor allem, wenn ich mich hinlege, ne, und schlafen möchte Ey, ich bin eine Stunde nur am Husten Ich war natürlich schon öfter beim Arzt Ich habe jetzt schon so viel Scheiß probiert Ich habe so viele Sachen verschrieben bekommen Ey, das kannst du nicht fasten Hustensäfte Lutschtabletten Kaspe, Kapseln Und zum Schlucken, damit sich der Schleim löst Und ja, es ist alles, es ist alles krass zu, Mann Und der Husten geht einfach nicht weg Aber heute Nacht war, glaube ich, die beste Nacht seit zwei Wochen Wo ich wirklich echt sehr schön schlafen konnte, aber auch wenig gehustet Sonst, es breitet sich nicht auf die Lunge aus Weil ich mache auch seit ich den Husten habe Sport, kann ich machen Also absolut nichts, das ist kein Unterschied Ich habe ja noch sogar mal joggen gegangen, um zu testen, wie fit bin ich Nichts, das hat damit nichts zu tun Das ist einfach nur ein beschissener, nerviger Husten, Alter Trocken, dann wieder verschleimt Bisschen ins Detail zu gehen Ich hoffe, ihr seid nicht gerade beim Essen Ja, Mann Vielleicht noch eine interessante Sache Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen, aber auf meinem anderen Kanal Weil dieses Thema Dieses Corona-Thema Sehr schwierig Nervig Und da kommen dann immer Leute gleich drauf Mit denen du dich eigentlich überhaupt nicht unterhalten möchtest Aber wesentlicher Punkt Ich hatte vor gut vier Monaten Corona Die englische Variante Jetzt vor Letzte Woche habe ich nochmal einen Test gemacht Diesen Antikörper-Test Habe Antikörper 52, noch was Also Antikörper sind vorhanden Und jetzt gerade Hat dann auch meine Ärztin gemeint Dass dieser Husten, den ich jetzt habe Auch eine Folge von Corona sein könnte Dieses Long-Covid zum Beispiel Deshalb ist dieser Husten nochmal extrem hartnäckiger Obwohl ja jetzt zwischen diesem Husten Jetzt gerade aktuell Und meinem Infekt von Corona Jetzt gut vier, dreieinhalb Monate zurückliegt Das sind dreieinhalb Monate auseinander Trotzdem kann es immer noch sein Dass es damit zu tun hat Weißt du, was ich meine? Ey, ich sagte, es ist so ein hartnäckiges Teil Ich hatte schon mal so einen krassen Husten Das hat zwei Wochen oder drei Wochen auch gedauert Dann war es weg von heute auf morgen Und der ist echt immer noch Wahnsinn Ich weiß nicht Ich trinke so viel Tee, Alter Diese Kapseln, diese Schleimlöser Es ist so nervig, Alter Was habe ich noch probiert? Inhaliert habe ich Auf den Kopf gestellt habe ich mich Nein, Mann, ist Wahnsinn Irgendwie Bronchial-Spray Probiere ich jetzt dann mal Irgendwie Das hat mir nicht das letzte Mal geholfen Das letzte Mal, wo ich da Das mit dem Husten hatte Das ist fünf Jahre her Ich sage es euch Das ist echt nervig Was halt richtig krass wäre Und schlimm wäre natürlich Was ich jetzt ja nicht habe Wenn es auf die Atemwege gehen würde Du kriegst keine Luft mehr Das wäre natürlich Next Level, Alter Das habe ich zum Glück nicht Wie gesagt, ich mache immer noch Sport Das ist sehr, sehr cool So in der Hinsicht Das ist noch human Es ist einfach nur eklig Und auch wenn du in der Öffentlichkeit Ja zur Zeit hustest Ey, die Leute Hat der jetzt wirklich gehustet Schnappt ihn euch Weißt du, also Wahnsinn Darfst denn Ey, da schauen die Leute gleich Ihr wisst, was ich meine, oder? Nervig Zur Zeit krank werden Ja, aber es gibt ja doch auch noch andere Krankheiten Als Corona Ansonsten Das andere Video, was ich machen werde Ich habe es vor zu machen Vielleicht habe ich auch auf einmal keinen Bock Man mache es dann doch nicht Wird auf meinem anderen Kanal sein Mr. Mike Unlimited Heißt der so? Da habe ich schon ewig nichts mehr hochgeladen Da lade ich dann immer nur so Videos hoch Wo ich mir denke Ja man, fragwürdig Braucht hier wirklich kein Mensch Und hier lade ich schon viel Schlott hoch auch Weißt du das da ja Keine Ahnung Ansonsten Oh, ich werde jetzt noch mein Auto putzen Da habe ich nämlich ein super tolles Teil dazu Als auch noch ein bisschen Werbung Merch, 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 Merch Ja, danke Vielen Dank fürs Zuschauen Euer Mr. Mike Ja, Mister Mike, Mike, Mike